So, ich habe seit 15 Jahren versucht, Polnisch zu lernen. Ich habe ungefähr 2000 Stunden reingesteckt und habe ungefähr ein Jahr in Polen verbracht. Natürlich in einer relativ deutschen Umgebung. Habe, wenn ich jetzt mal angucke, wenn man 100% Polnisch nimmt, habe ich vielleicht in diesen 15 Jahren vielleicht 10% gelernt, aber wahrscheinlich eher weniger. Mit einer ganz schwankenden Kurve. Also ich würde sagen, die Kurve war 0, so ganz bisschen, ganz bisschen, also ganz, ganz langsam. Also und das 100% wäre hier. Also ich bin hier angekommen nach 15 Jahren und 2000 Stunden und das ist ganz schlimm. Ich habe ungefähr sechs große Versuche unternommen mit eigenem Lehrer, mit Sprachkurs, mit CDs, mit Duolingo und noch viel mehr andere Applikationen. Also ich würde sagen, sechs große Versuche und bin praktisch sechsmal relativ stark gescheitert. Und es war auch nicht persistent. Es ist dann, wenn ich dann mal ein paar Monate weniger gelernt habe, dann bin ich eher wieder zurückgegangen und so weiter. Und ich habe dann herausgefunden, es gibt ungefähr 20 Gründe, warum Polnisch so schwer für Deutsche ist. Und jetzt habe ich dann praktisch den Plan, praktisch so einen Kurs zu entwickeln, gerade indem ich diese 20 Gründe praktisch nach und nach beseitige, indem ich sie praktisch beim Aufbau des Kurses berücksichtige, diese 20 Gründe. Was ich hier in diesem ersten Video aber sagen möchte, ist, wie kann ich mit sieben Wörtern eine volle Konversation machen. Die von Begrüßung, also Begrüßung über wo ich wohne, wo ich arbeite und dann, wo man dann essen geht, essen, ausgehen und Kontakt. Also neues Treffen, also im Prinzip so eine ganze Konversation. Und diese sieben Wörter sind das Wort CESCHT. Ich schreibe es mal CESCHT. Schreibe man natürlich komplett anders. Ja. T. Sprechen wir nicht T aus, sondern TCH. T. Dobre. Einiges oder andere Wort kennt vielleicht jemand. Tag. Dann NYE. Und dann, Dobre hatten wir schon, sorry, JESTEM. JESTEM. Und dann nehmen wir noch JESTESCH. Dazu jetzt wären es ACHT. Und dann gibt es noch das Wort ROBOT. ROBOT. ROBOTER. Ja. Das ist aber, das können wir auch so, also das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Roboter ist Arbeit. Ja, deswegen habe ich das eingeklammert, weil Arbeiten und JESTESCH ist JESTEM, also ich bin und das ist du bist. Also dieses ST, das, also JESTEM, ich bin, JESTESCH, du bist. Ja, ich und T ist du und Doppel ist gut und Tag ist ja und NE ist nein. Ja. Und CESCH ist wie das italienische Ciao. Ja, das kann man sagen, wenn man jemand sieht und wenn man jemanden, also bei Begrüßung und Verabschiedung. Das sind also diese sieben Wörter oder neun Wörter und damit kann ich jetzt eine Unterhaltung machen. Die mache ich jetzt mal. Ich schiebe mal das Blat hier ein bisschen rüber. Also eine Unterhaltung würde ja dann einfach ausgehen mit JEST. JEST. Dann hat man Hallo gesagt. Und dann kann man sagen Ja und dann Name. Also Tom. Ja, Tom. Und dann kann man fragen T, T, dann zeigt man vielleicht auch die Person T und dann sagt die andere Person, was zum Beispiel Tomek. Ja, er heißt Tomek. Ja. Und dann sagt man auch schön Dobre. Das kann man immer sagen. Also hier praktisch Hey, immer Dobre sagen. Ja, gut. Also verstanden und so Dobre. Und dann kann man ja vielleicht zum Beispiel sagen Ja Hotel. Also das heißt Hotel ist ein sehr schönes Wort. Gleich wie im Deutschen. Also ich wohne im Hotel. Und dann kann man auch sagen Ja Büro. Büro. Einfach Büro sagen. Das wird anders geschrieben. Das ist Büro. Aber ja Büro. Das heißt man arbeitet im. Also man kann zum Beispiel fragen T, Büro. Und dann könnte, wenn der andere es nicht versteht, müssten wir jetzt noch dieses Einführen des Roboter. T und dann Robot. Das würde, das ist natürlich komplett falsch von der Grammatik, aber der Robot Büro, Fragezeichen, also Stimme heben. Und das würde jeder Pole verstehen, ob er im Büro arbeitet. Und dann kann man zum Beispiel sagen Ja, Robot, Robot, Computer. Das heißt, ich arbeite in einem Computer. Und schon, das muss natürlich Ja, Roboter, Computer oder Pratsui. Aber das spielt ja keine Rolle. Ja, Robot, Computer. So, jetzt haben wir also schon mal das abgehakt, dass wir, wo wir arbeiten, wo wir wohnen, ja. Und jetzt gehen wir mal zum Essen. Das ist ganz einfach. Also das heißt, ja, Restauratia. Restaurant. Vielleicht kann man Restaurant sagen, aber Restauratia. Ja, 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 also ja, Restaurant. Ja, Restaurant. Oder ja, Bar. Ja, Bar. Oder das heißt, der andere würde dann, aber, oder T und Fragezeichen. Man könnte, du auch, das wäre ein Tesch, aber lass mal weg, T, Frage. Und der andere sagt dann vielleicht Tag. Ja, also das war eins von den schweren Wörtern. Dann sagt er vielleicht Tag. Oder er sagt NIE. Ja, und dann weiß man, ob er da, ob er Nein oder Ja sagt. Und jetzt im Restaurant geht es ja jetzt, wenn man jetzt bestellt, also die Wörter sind ja alle relativ ähnlich. Also da kann man dann sagen, ja, wurde. Ja, wurde. Ja, man kann auch, Bier ist schwierig, Bivo, deswegen Ja, Vino. Also das ist auch mein Prinzip. Bitte nicht die Sachen machen, nicht die Sachen essen, nicht die Sachen sagen wollen, die man nicht sagen kann, sondern die sagen, die man sagen kann. Also zum Beispiel, ja, Hamburger, T, und dann Fragezeichen, wenn man jetzt anbieten wird. Und dann, ja, Dessert, Dessert, ja, ja, Dessert. Und dann kann man auch sagen, T, Fragezeichen. Und, ja, Kava, das ist jetzt Kava, Kava, das könnte man, Kava, könnte man vielleicht auch noch hier als zehntes Wort hier nehmen. Aber Kava ist Kaffee, ja. Und das, jetzt können wir, hier gibt es Hamburger, gibt es auch Kotelett, ja, kann man auch sagen, Kotelett. Man kann Steak, kann man sagen, das wird auch verstanden. Also es ist nicht schwierig, also viele Sachen. So, jetzt vielleicht nach dem Essen könnte man sagen, wir gehen vielleicht ins Kino. Und das Schöne dran ist, das Wort Kino ist Kino. Dann also, ja, Kino, ja, Kino, te, dann ich jetzt Kino, du. Oder, ja, Konzert, Konzert, ja, das ist ja, Konzert. Ja, Museum, Museum ist perfekt, ja. Man kann, und dann, wenn das alles gut gegangen ist, kann man ja sagen, te, nummer, nummer, telefon, ja. Das ist natürlich, müsste das Telefon nu heißen, aber ist egal. Te, nummer, telefonu und Fragezeichen hier dran machen und schauen, kriegt man eine Telefonnummer. Und dann zum Beispiel könnte man jetzt sagen, wenn man jetzt sagen will, oder geht es bei dir nicht, da kann man jetzt einfach sagen, te, problem, te, problem. Also, te, problem, problem ist auch ein Wort. Und dann kann der andere ja sagen, ja, und tag. Und wenn man jetzt nur mal Telefon hat, ist natürlich schwer am Telefon, aber vielleicht kann man mit WhatsApp irgendwas schicken, te, problem, ja, würde ich jetzt mal hier stoppen, sind wir jetzt auch schon bei zehn Minuten. Das wäre jetzt so eine Konversation mit weniger als zehn Worten. Und ich glaube, wir können dadurch sagen, wenn wir uns das zehnmal anhören, ja, also gerade diese Konversation und diese Wörter hier, dann glaube ich, haben wir die Möglichkeit, mit jedem polnischen, mit jeder polnischen Person, auch wenn sie kein Englisch oder kein Deutsch spricht, eine Konversation zu machen und uns ein paar Sachen auszutauschen und nicht nur dumm rumstehen. Und ich würde jetzt hier sagen, sehr schön sind hier das Dobre, da freut er sich, ja, das so Doppel, das heißt so positive Zustimmung. Er kann natürlich auch Tag sagen, aber Tag ist dann halt einfach so sehr neutral, das ist ja, ja, ja. Also, und dann, sehr wichtig, dieses, dass man ja zu sich sagt, also ich, ne, das ist das ich, und te, also ein bisschen ist nicht te, sondern te, das sind die anderen. Und dann immer bitte dieses Fragezeichen, um zu sagen, was willst du, ne. Und man den vor sich hat, ist natürlich am besten. Und ansonsten gibt es ganz viele, könnt ihr auch immer probieren, Wörter, manchmal klappt es nicht, aber in den meisten Fällen klappt es Hamburger, Dessert, Hotel, Restaurant. Das sind alle Sachen, die verstanden werden. Manchmal kommt was anderes. Salata, also Salat, kann dann was anderes, kann dann irgendein Fleischsalat sein, oder Kotelett ist, glaube ich, nicht das exakte Kotelett, wie bei uns ein Kotelett, sondern ein bisschen anderes Stück Fleisch. Aber es ist so, dass man dann tatsächlich etwas Ähnliches bekommt. Und ich glaube, das ist wirklich extrem, sagen wir mal, sagt man, nimmt die erste Hürde, die man jetzt hat, wenn man jetzt zum Beispiel nach Warschau geht und man möchte halt einfach nicht nur doof rumstehen. Ja, das war es mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Polnisch für Deutsche, eine Stunde für die erste Unterhaltung. Also einfach das fünfmal anhören und man kann die erste Unterhaltung machen. Bis dann. Tschüss.